Stimmen statt Verstummen, so heißt die Aktion der Stadt Wien zur Wählermobilisierung zur Gemeinderatswahl 2015. Wir sind in einem Einkaufszentrum in Wien und wollen einmal abchecken, wie die Stimmung ist, wenn man die Wienerinnen und Wiener direkt anreden, ob sie mitreden wollen oder nicht. Weil die Entscheidung ist, Stimmen oder Verstummen. Ihr zwei, ihr steht da gerade richtig. Gestampenes Maunsböde. Gehallo. Meine Nase geworden in der Öffentlichkeit. Kein Durst eigentlich. Wiener Gemeinderatswahl. Werden Sie wählen gehen? Ich gehe vielleicht wählen. Muss man natürlich aufstehen, aber es hat eh einen ganzen Tag Zeit. In einem Monat, 11. Oktober, weißt du da schon, was du da machen wirst? Wählen. Und warum ist das wichtig? Ich finde, jeder soll wählen gehen. Richtig. Angst hast du. Komm her einmal. Machst du deinen Kaffee? Ja gerne. Mag doch jemand deinen Kaffee. Wichtig ist eine hohe Wahlbeteiligung. Es gibt ja Leute, die wollen im Lotto gewinnen und spielen aber nicht. Also die Mamas, ihr geht schon zur Wahl, oder? Am 11. Das ist wichtig. Dann werden sie wählen gehen. 100 Prozent. Jawohl, das gefällt mir. Wenn du nicht stimmst, gibst du die Stimme ab. Deswegen heißt die Aktion auch Stimmen statt Verstummen. Warte ein bisschen, ich komme ab. Ich komme ab. Stimmen statt Verstummen.